Ja unser nächster Weg geht noch Salzburg und Langenfurt aus. Wir liefern wieder mal Traktoren. Montag ist der erste Tag. Ich regne es noch. So. So, Licht an. Nur kurz was schauen. Ich habe nämlich... So. 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 Servus. So. Waldstraße. Geht's hier raus? Ja schon. Entgegen kommt auch uns halt keiner, aber relevant. Da geht's auch schon auf der Bundesstraße. So. So. So einer Stiekel. Fahrzeit da. So. 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 Ist das denn ernst? Lassen Sie sich ein Scheißdreck wirklich da Aber gut, kann man auch noch hinkriegt Ich freue mich dann schon, wenn wir unseren eigenen Mkw haben Wir gucken schon, unsere Spiegel Wir gucken uns, was ihr habt? Wir gucken uns, was ihr habt? Wir gucken uns, was ihr habt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum fahren wir denn so komisch? Ach da... ...ich direkt rüberfahren kann? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja alles umruhen. Man kann man eh nicht sagen. Haben wir es jetzt ja. Halt noch mehr Zeit drauf gegangen, aber pusht. Da kommt man nichts mehr hoch her. Da kommt man nichts zu tun. Müller. Du saher eh noch gut aus. einen 5.000 km und mit der Busse Tui ETI 6.500 gibt es dafür theoretisch wird sich dann der LKWs über schon ausgehen kaufen Holzburg Noten 1000 Meter sieht ein bisschen gerade aus da vorne kommt dann der Knoten der nächste wo wir dann abfallen müssen München nicht weiter Palserberg 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 Palserberg